Netflix No Blutflix Song von Scripto Skibbidipappa Skibbidipapuum Ich freue mich gerade so sehr auf diesen Song Der letzte Song, den ich mir von ihm angehört habe wurde leider gesperrt Es tut mir leid Es gibt aber jetzt eine Gruppe, die ich erstellt habe auf Telegram Ihr könnt gerne in dieser Gruppe beitreten Da werde ich nämlich alle Videos ähm Hochladen, die bei mir gesperrt worden sind Ja Ab jetzt So Ich freue mich auf diesen neuen Song von ihm Ich mag Scripto Ich mag der sehr diesen diesen Rapper Weil der hat einen sehr außergewöhnlichen Stil Äh Deshalb hören wir uns den neuen Song an Ich weiß jetzt leider nicht, ob dieser Song auch ein Video hat Hm Okay Siehst du danach aus, dass dieser Song leider kein Video hat Ich sehe gerade erst jetzt Hier steht es ja auch Es ist offiziell Audio Also Das ist das Eine Stimme eines Mannes ist Oder eine Stimme einer Frau ist Dieses Äh 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 Ähm Ähm Ich hoffe, das wird nicht stören Im Song ich habe jetzt gerade richtig krass erwartet das jetzt hier so irgendwie ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll so ein krasser das ist geil das gefällt mir dieser double effekt so links linker rechter kanal ist einfach sehr geil ist Uuuhuuhu!!! Ne zappe dit yêu sie in W动! Chuuuushj... Ich hab das auch im letzten Video gesagt, leider wurde dieses Video gesperrt, aber ich hab so das Gefühl, dass seine Aussprache viel besser geworden ist. Man versteht auch wirklich so, was er sagt. Also er nuschelt nicht mehr so und es klingt richtig gut, dieser Doppel-Effekt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es klingt sehr, sehr geil und sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Das meine ich. Diese, diese, diese... Ich weiß nicht, wie man das beschreibt, ich hab leider das Wort vergessen, wie das heißt. Ähm... Verdammt, jetzt fällt mir das nicht mehr ein. Aber diese Stimme, wie er das projiziert auf dem linken und rechten Kanal ist einfach geil, weil er hat auch so eine lockere Stimme. Äh... Er ist so ein chilliger Typ. So. Äh... Einfach gut. Und dieser Beat passt sehr gut zu ihm, weil das ein sehr ruhiger Beat ist. Sehr, sehr gute Sampler, muss ich sagen. Ich hab schon mal diesen Sample gehört. Und dann die Stimme von äh, Scripto, das rundet äh, den ganzen Song ab. Oof! Ah, sehr guter Song. Sehr, sehr, sehr guter Song. So, jetzt kann ich streamen gehen. Wir sehen uns. Tschüss. Strict und back, wegbeißen wie FBD.